Neomagazin-Royal-Spezialfolge, ne Kindersendung. Das ganze Studio voller Kinder. Hey Böhmermann, die Kinder gehören uns. Verfeift dich! Keiner legt sich mit der 187-Sesam-Straßen-Bande an. Yo, man. Ernie und Bert, was macht ihr denn hier? Mach dich vom Acker, du Schrottplatz. Aber ich will euch die Kinder doch nicht wegnehmen. Genug gerede, Böhmernase. Die Kuchenzeit ist eröffnet und heute gibt es Bienenstich. Das sagt sich, Maja. Was denn bist du, Spatenclown? Kein Grund zur Sorge, ist doch nur eine einzige Kinderspezialfolge. Danach könnt ihr die Kinder alle wiederhaben. Mein Alex Seeteufel, der Saragossa-See. Was ist denn das für ein müder Gig hier? Was wollt ihr denn hier? Müsst ihr nicht auf irgendeinem Kindergeburtstag auftreten? Nun wird man nicht pampig kleiner. Das Boot ist voll, muchazzo. Aber wir sind doch hier nicht auf einem Boothain. Für Sie immer noch Herrblöd. Okay, Herrblöd, aber ganz kurz mal. Wer hat euch eigentlich verraten, dass wir heute eine Kindersendung machen? Guten Abend. Okay. Ihr habt es nicht anders gewollt. Das ist jetzt Prügelei. Aber ich mach die Regeln. Regel Nummer eins. Für Prügeleien im Kinderfernsehen gilt keine Gewalt. Ist doch klar, du Klappauder, Mann. Ja, und das war es eigentlich auch schon. So, jetzt kommt man her. Zum Angriff. Oh, nein! Was? Maja, das bedeutet Krieg will machen. Pssst. Maja! Baby! Ach, scheiße. Hey, du Hering. Fang! Oh, oh. Kripte. Oh, oh. Oh, oh. Oh-oh! 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 He-he! Attacke! Ah... Ah... Torte? Käpt'n, gleich hab' ich ihn! Au! Ah! Rund an! Jetzt trau' ich dich! Au! Autsch! 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 Autsch!